3, 2, 1... Äh... Heute ist nicht so mein Tag, glaub ich. Wunderschönen guten Tag, heute war noch mal das Wiederschaut und herzlich willkommen zurück zu... Bioshock. Mit mir... dem Robin. Genau. Ähm... Danke... Danke... Ja... So, das war das auf jeden Fall. Und ja, wir sind hier gerade auf dem Weg. Oder auf dem Umweg, wenn man es so will. Ah, da kann man wieder basteln. Du Freund oder Feind? Irgendeine angeheuerte Mieze wollte mir diese noblen Ochs vor Glattlingstängel verkaufen. Ich sagte nein, danke. Ich bin und bleibe immer ein Kuscheltalbraucher. Weshalb? Sie schmecken gut und kosten nicht mal die Hälfte. Wen juckt's, ob die Dinger aus Muschelschalen und Fischeiern hergestellt sind? Ähm... Jetzt ist wieder Überlegungsfrage. Ähm... Upsa... So, was wollen wir jetzt nehmen? Also ich benutze ja... Also beziehungsweise ich finde eigentlich ganz geil diesen Werfer. Und ich finde halt den Verbrauch, gerade bei dem Feuer vorhin, habe ich gemerkt, dass es schon ziemlich hart ist. Äh... Die Reichweite ist ja noch nicht mal das Problem. Ich fand das eigentlich schon ziemlich weit, wie ich mit dem treffen konnte. Deswegen würde ich fast sagen... Machen wir das? Oder machen wir Schrotze? Weil das Einzige, was ich mir halt gewünscht hätte bei der Schrotze, wäre halt ein größeres Magazin. Weil wir haben nur vier Schuss, die wir reinballern können. Das finde ich... Das Einzige, wo ich gedacht hatte, das könnte das noch übertreffen. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal den Verbrauch. Oder? Ja... Ich weiß nicht... Granaten, Schadensteigerungen... Wobei Schrotzen... Bei der Schrotze, die Schadensteigerung wäre auch nicht schlecht. Weil wir haben vorhin auch die Einzige nicht One-Shot weggemacht. Was für mich so ein Ding wäre, wo ich sagen würde, ja... Das will ich. Ähm... Aber ich weiß es noch nicht... Ich weiß es noch nicht... Ich würde sagen... Wir machen erstmal den Verbrauch. Ah... Natürlich ist der Typ. Mh... 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 So, Kollege. Dass der Kuchen noch genießbar ist. Hallo Fische. Ah, draußen. Ah, der geht schon heftig ab. Oh, wo ist denn der? Da. Ronald, entspann dich. Wir haben ja alles unter Kontrolle. Jetzt gehe ich nochmal kurz runter. Weil der eine Typer hat zwei Schuss an die Personenmonie. Yeah. Wieder was Sinnvolles getan. So. Oh, den habe ich ja schon. Dann würde ich sagen, machen wir mal kurz. Und. Da geht's los. Ähm. Yeah. So. Dann haben wir das. Haben wir das. Haben wir wieder voll alles. Geil, oder? Dies ist immer nur ein kleines Geräusch. Hörst. Und nicht sofort, wenn man danach umdrehen muss. Das ist nicht so geil. So. Navi sagt mir hier lang. Was strahlt denn immer eigentlich so auf mich? Vom Winkel her und vom Licht her müsste es eigentlich so hier sein. Da. Geht nicht. Oh. Aufgestanden. Wieder. Schon zum zweiten Mal diese Woche. Seitdem mein Gesicht... Steinmann hat an mir gearbeitet. Aber seit der Explosion war es nicht mehr so wie vorher. Wenn ein Mädchen so lange allein ist, hat es Zeit zum Nachdenken. Wer könnte mich so sehr hassen, dass er mich so zurichtet? Was habe ich ihnen angetan? Ich denke ständig an all die Verbrecher und Terroristen, die Ryan am Apollos Square eingekesselt hat. Und ich werde so zornig. Manchmal bekomme ich kaum Luft. Wenn ich sie nur zur Rede stelle und ihnen sagen könnte, was sie mir angetan haben. Wie sie mein Leben und Wrensche ruiniert haben. Vielleicht würde ich mich dann besser fühlen. Hm. Oh, ich muss jetzt aber rein. Okay, alles rein und weg. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Oder? Ja, hier ist nix. Auch nix. Oh, da ist so eine hier. Little Sister, ja. Äh, Adam. Dingens. Plasmiden-Slot. Ähm. Soll ich? Oder soll ich es lieber investieren für... Ja, komm, machen wir so ein Kampf-Ding. Das machen wir rein. Machine Buster. Äh, Kameras, Bots und Blah. Oder halt... Ja, ahnungslos. Aber wann sind die mal ahnungslos, ne? Ähm. Ja, machen wir das. Wie aktiviert ist? Okay. So, dann haben wir hier unten noch die 20er. Erhöht den Forschungspunkt... Äh, erhöht die Forschungspunkte, die beim Fotografieren erzielt werden können. Äh, okay. Äh, sie nehmen weniger Schaden durchfeuern für... Ich kaufe jetzt mal einfach mal... Das ab. Na, guck mal. Hm, da würde ich sagen, tauschen wir das gerade mal um gegen das. Wir kriegen ja jetzt eh hier in dem Level, wie man sieht, drei von denen. Von daher passt das schon. So, jetzt gucke ich erst mal hier rein. Es ist nicht gestattet, sich vor der Vorstellung hinter der Bühne aufzuhalten, kleine Motte. Hopp, 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 hopp. Okay. So, jetzt drehen wir noch einmal die Runde. Alter, was ist denn nie passiert? So, dann gehen wir hier rein. Gehen wir hier so rein. Alter, das ist doch alles hier hardcore gestört gerade. Ich glaube, ich weiß, dass sie damit gerade meinen, aber... Boah, es ist hardcore gestört. Oh, man. Wegen denen, die immer hinter den Kulissen sitzen. In der Buchstelle. In den Galerien von Soho. Sogar hier unten in diesem sogenannten Utopia. Die zwei Lücher. Denn, ob ich weiß, dass wir das hier so schicken. Aber Ryan weiß Bescheid. Wir kommen gut klar miteinander. Ja, auf den Straßen fließt Blut. Ja, manchmal verschwinden Leute. Und diese schrecklichen kleinen Mädchen. Tja, die Zweifler denken eben, man könne ein Bild malen, ohne sich den Kittel zu beschmutzen. Leck mich doch, ey. Was passiert, wenn es da reingeht? Ah, super. Ah, okay, man. Also das ist quasi so. Das wird jetzt ein bisschen Muni gossen. Ich glaube, ich bin mal übermalt. Das ist ein Artwechsel. Alter, ich wollte das Ton da umschießen. Tja. Es ist bald vorbei. Oh mein Gott, kann ich? Ist es tatsächlich? Ich bin gerade am Probieren. Lasst mich. Ach nein, ich muss hier runter. Fuck. Na gut, aber ich habe jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Zeit als eben gerade beispielsweise. Nein, das war jetzt nicht so ganz. Fuck. So, noch einmal runter. Dann hier den Bogen. Einmal rüber. Einmal... Da. Und zack. Ich bin verwirrt. Wo bin ich? Alles klar, du auch noch? Komm her. Ich mache euch alle, ey. Zack. Und mache jetzt erst die Biege. Nee. Bin ich ja doof? Nee. Oder? Aber ich bin es ja noch nicht klar. So eins brauche ich. Dann mache ich nämlich so. Mach die Biege. Oh, fuck. Ähm, mache hier die Biege. Setze es da hin. Ja. Ähm, brauche das da. Brauche... Nee. Das hier da. Und brauche ein horizontales hier. Ja. Okay, anscheinend bringt das Hecken gar nichts. Okay, dann würde ich sagen... Fuck auf. Und fuck auf. Machen wir es mal einfach entspannt. So. Machen wir mal wieder auf das. Dann schalten wir da mal wieder... Äh, rüsten wir da mal wieder auf. So, haben wir das hinter uns gebracht. Würde ich sagen, gehen wir mal... rein in die Vorstellung. Also, ich hätte gerne einmal die Vorstellung, äh... Gemini, Jolini oder wie man das aussprechen soll. Danke. Oh. Aber ich habe ein bisschen geschlafen. Warte. Oh. Warte. Antäuschen. Wow. Das wollte ich jetzt nicht. So. So. Get tricked. Hehe. Bäh. Ja, das passt alles. Machen wir mal noch so. Jawohl. Schön, Zeit schinden. Noch so eins. Noch so eins. Brauche ich nur einmal so ein Eckteil. Und fertig. So. So. Halb und bitte die Leute vom Blatt, ja? Wieso kann ich hier nicht durch? Wieso muss ich außen rumlaufen? Freiheit. Ich komme hier nie wieder her. Was? Boah, das ist ein Geräusch oder was? Heftig. Ich habe mich gerade dezent erschrocken. Was ist das hier? Gibt es hier Cola? Kann man hier was zu trinken bestellen? Was zu essen bestellen? Gibt es hier sowas? Nicht? Okay. 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 Hallo mein Lieben. Okay. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehe ich jetzt da hoch oder gehe ich jetzt hier rein? Der Batsack nach oben. Da geht es auch nach oben. Verdammt. Ich darf sich keinen aktivieren dabei noch rausgehen. Und dann irgendwie hochgehen. Was denn? Nein, nein, nein. Hallo? Ich versuch's ja. Bitte. Noch einmal, junger Fitzpatrick. Da, 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 nein, nein, nein. Cohen, du krankes Arschloch, lass mich hier raus. Okay. Das wollte ich mal so festhalten. Unter kleine Motte, Leben, Tod, die Würde des Künstlers ist, es einzufangen. Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt. Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen, kleine Motte. Jetzt lauf zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Oh, oh, achso, wow. Alter. So, nehme ich dich nicht. Bin um Verzeihung nicht. War da doch irgendwo einer. Ich weiß das doch. Ah, das heißt, so komme ich an dieses Teil an. Alles klar. Das heißt also auf jeden Fall da hinten, wenn auf jeden Fall welche auf mich warten. Aha. Alter. Ist okay, ich habe es verstanden. Beknarzt alles. Also hier war nichts, ne? Okay. Was für eine herausragende athletische Leistung. Danke. Danke. Ihr Alarmexpert von Hexmart entschärft Sicherheitssystemen mithilfe der Elektronenmischen... Was? Elektro... Was? Elektro-Mischen-Zusammensetzung ihres Körpers. Probieren Sie es noch heute. Äh. Ich glaube... Zwei Alarmplatten weniger beim Hacken. So, das wäre doch eine viel einfache Ansage gewesen. Ähm. Und würde sagen, das holen wir mal raus für... Ich weiß halt nicht mehr gerade, was die alle bedeuten. Hacker... Machen wir mal das. Weil das halt schon... Das war wohl einer im Gesicht. Ich wusste es. Wieso wusste ich es? Dass die Olle sich dahin teleportiert. Ich kann nicht mehr aufhören, mich mal ins Spotlight zu setzen. Ich bin nicht so ein Typ. Okay. Das ist voll krass, ey. Ich kann mich in dem Moment hier auch gar nicht bewegen. Ich drücke gerade BASD und nichts passiert. Ich kann mich nicht mehr in diesem kleinen Raum bewegen gerade. Das ist völlig fies. Ich weiß, warum du gekommen bist, kleine Mutter. Du hast deine eigene Leinwand. Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Ja, ich werde dich zu Riot schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Verräte dich. Meine Mose ist ein wannquermütiges Messstück. Sei dich nicht angekonzentriert. Ich war näher, als ich dachte. Scheiße, ich habe jetzt meine Kamera jetzt erstellt. Ah, geh mir doch nicht auf die Nerven, Mann. Gut, ich war das nicht. Das geht klar. So. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, geil, super. Ähm, das heißt, wir gehen mal hier ran. Wir machen da, machen hier. Ah, okay. So. Das ist schön. Achso, ich wollte dafür eine. Ich warte es ja auch ab. Kollege. Echt? Tschüss. Danke, tschüss. Los. Oh, nö. Wie auch diese Tür voll beleuchtet ist. Die anderen, die eine nicht. Okay. Ach, halt die Backen. Hm. Ich würde sagen... Okay. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, wir lassen einfach mal die Scheiße hier und gehen... Siehst du's? Wenn ich zu Staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Hä? Mein Quadrighon, mein Meisterwerk. Mach schon. Hab keine Angst. Herr Eureis. Ja, das ist Fitzpatrick. Von all seinen Macken und Mängeln betreiben. Es gibt glänzende Neuigkeiten. In diesem Moment kann ich es erkennen. Da, an diesem Ort sind drei Männer. Alle einstige Schüler von mir. Alle verbunden durch ein gemeinsames Band. Betrug. Such sie, kleine Mutter. Und mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrighon unsterblich. Geh. Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Und Ryan kennenlernen. Okay. Das heißt. Wir beenden diese Schritte, die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut und haut rein. Noch mal kurz testen. Okay. Weil das steht ja benutzen. Und ich dachte mir, ich kann jetzt trotzdem irgendwas einfügen. Aber egal. Äh, ja. Bis dahin, Leute. Macht's gut und haut rein. Äh. Und ich bin jetzt hier.